Kurze Info, da KEF bis zum 8. August im Urlaub ist und wir es nicht geschafft haben, alle 41 Folgen im Voraus aufzunehmen, werden wir die, die wir geschafft haben, ein kleines bisschen aufteilen. Immer dienstags, donnerstags, samstags und sonntags wird es jeweils eine neue Folge geben, an den anderen Tagen nicht, das war der beste Kompromiss, den wir halt machen konnten, ohne dass allzu große Lücken im Zeitplan entstehen. KEF ist dann wieder zurück und am 9. August geht es auch wieder normal weiter mit der Serie mit Daily-Folgen. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Forever Stranded, zusammen mit dem KEF. Wir sind immer noch dran und moin KEF an den Seats, die wir letztes Mal reingeschmissen haben. Ich kann mal kurz ein Progress zeigen, ich glaube, da müssen wir ein bisschen anheben. Ihr wisst Bescheid, wir wechseln so mal ab mit den Folgen, deswegen checkt beide Kanäle ab. In der letzten Folge hat KEF sein dickes Schwert ausgepackt. Schaut sie sich an. Und wir haben endlich eine Spawner-Maschine, das heißt, wir arbeiten gerade daran, unendlich Enderperlen zu bekommen, damit wir in Ender-IO richtig geile Stromkabel machen können. Also ist wieder ein bisschen recht intensiv und teuer, hier die Spawner-Geschichten zu machen, da kommt ein bisschen Ender-IO-Technik rein. Aber ich hoffe mal, dass du da langsam in die Richtung kommst, dass das geht. Was fehlt dir da noch aktuell? Ich muss jetzt erstmal kurz alles Conveyor-Bels craften, warten, bis der Strom da durchfließt. Das dauert immer wieder alles. Okay. So, in der Zwischenzeit kümmern wir uns von einer Sache, die dauert, zur nächsten Sache, die dauert. Denn ich bin ja immer noch dran und habe hier die Seats rein. Ganz echt, der Sand ist schon fünfmal despawned. Also ich habe hier wieder neun reingeschmissen. Und wir gucken jetzt mal, wie sieht es aus bei den Prozenten von den Seats. Wie weit sind die denn? Ich habe ja hier Nether-Quartz-Seats, Zertus-Quartz-Seats reingeschmissen. Wir sind auf neun Prozent, Leute. Wisst ihr, was das heißt? In zehn Folgen ist es endlich so weit, dass die Kristalle fertig sind. Alter, Spaß. Also wenn wir das so weitermachen, wären das jetzt zehn Folgen. Aber das war jetzt ungefähr, also ich habe ja Hälfte bei meiner Folge, so 45 Minuten oder so, lagen die jetzt da drin. Und die sind auf neun Prozent. Bro. Ich glaube, da sollten wir mal gucken, ob wir den Creative... Nein, machen wir nicht. Ich hätte noch eine Idee. Vielleicht können wir doch die Growth Accelerator uns reinziehen. Das dachte ich wäre die heutige Aufgabe, dass wir hier einerseits den Kristallwachstum beschleunigen und zwar sowas von gestört beschleunigen, dass wir da gut reinkommen. So, und wir brauchen diese Growth Accelerator. Weißt du, was dann gut wäre in dem Aspekt? Ja. Dass du auch noch, du hast ja bestimmt Endauer-Stromkabel. Ich habe auch welche gekriegt, Endauer-Stromkabel durch den Quest Claim. Und dann einfach einen zweiten Energy Output machst. Von dem Reaktor. Würde gehen. Ich kann ja einfach den direkt daneben bauen. Ich muss die Wasserquelle ja nicht hier liegen haben. Die habe ich jetzt nur spontan dahin gemacht. Ich kann ja auch hinten... Dass wir das alles so lassen können, du machst hier einen zweiten Energy Output für den Reaktor. Ja, einfach hinten raus. Wie ein Growth Accelerator, damit... Ich verlege das alles nach da hinten. Das ist kein Problem. Ich würde nur zusehen, dass ich mal ganz schnell erst gecraftet kriege. Und zwar brauchen wir jetzt noch ME-Glass Cable. Dafür brauchen wir Quartz Fiber. Und da habe ich auch schon wieder ein kleines bisschen was vorbereitet. Nämlich Glas habe ich hier drin. Aber nicht nur das. Damit wir... Ich werde jetzt nicht das teuer machen, sondern ich werde die günstige Variante davon machen. Wir werden einfach die Zertus-Quartz-Kristalle hier durchschreddern. Oh, die Sackmann muss ich rein. Einmal durchschreddern. Und daraus machen wir dann das Glas. So, kann ich mal ganz kurz hier gucken. Drei Stück plus Glas ergeben dann hier diese Quartz-Fiber-Dinger. Habe ich drei Stück rausgekriegt. Ja, das geht ruckzuck. Wir haben auch noch die Growth Crystals von Tiny Procretion, dass man Farmen upgraden kann. Da haben wir ja Mystical Agriculture drin. Da kannst du hier die Crops generell erhöhen. Brauchst du eine Seelaterne. Dann wachsen die viel schneller. Ich hoffe, die haben wir, aber ich bin mir das auch nicht sicher. So, dann gehen wir hier rein. Den, den, den. Und dann machen wir hier mit Fluix Crystals wieder die Glass-Cable. Ich glaube, ich brauche... Es geht los! Oh, der Rude Sandstorm geht schon wieder los. Den können wir echt nicht skippen, oder? Nee, das ist unmöglich. Es gab doch so eine Wettermaschine mal. Hattest du eigentlich noch Rubber oder irgendwie Sticky Resin? Guck mal vorne in den Kisten drin, auf der Vorderseite. Da könnte noch was drin sein. Aber hey, wird mal wieder Zeit, dass ich hier ein bisschen Sand kriege. Mir hat schon der ganze Sand in der Wüste gefehlt. Also jetzt ernsthaft, Sand ist nicht verkehrt. Und tut mir leid, Leute, die Schaufel kann ich nicht nehmen. Die ist bei mir dauerhaft kaputt. Das ist eine Obsidien-Schaufel, die hat 100 Haltbarkeit. Und ich muss jedes Mal, wenn ich einen Stack Sand abbaue, und mir die neu reparieren. Das ist absolut furchtbar. Ich bin gerade voll im Hype von Sandstorm. Düdlüdlüdlüd. Okay, dann das können wir wieder rein. Hier wird jetzt alles, alles geht jetzt hier voll. Alles. So, dann haben wir die... Da war es schon wieder. Aber ich finde es cool, dass das bei uns in meinem gleichzeitigen Timing ist. Also wenn du das hast, dann habe ich es auch in anderen. Also, jetzt brauche ich noch vier Eisen. Und dann haben wir eigentlich alles für unsere... Ach du, Heide, wird alles zugemacht. Für unseren ersten Growth Accelerator. Und die Frage ist jetzt nur folgende. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, der Growth Accelerator, der braucht keine F-Strom, sondern Applied-Energistics-Energie. Genau. Und das heißt, ich muss trotzdem ein Applied-Energistics-Dingens machen. Ganz glaube ich, es gibt sowas wie ein Energy-Port oder sowas. Wenn du nur Energie willst, ohne dass du ein W-System machen musst. Ich weiß gar nicht... Also, bei anderen Mod-Packs gab es... Heißt der Port sogar vielleicht... Nee, 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 nee. Ansonsten einfach den Energy-Acceptor. Und vom Energy-Acceptor, der leitet das weiter. Das ist im Prinzip... Das ist der ja, den ich meine. Ja, genau. Den muss ich eigentlich später nochmal craften. Aber ich crafte ihn jetzt einfach mal. Später, wenn man mit Controller arbeitet, braucht man den nicht unbedingt? Nö, das ist doch das Ding, wo immer Strom fürs E-System kommt. Auch wenn du dann hier die Controller hast und die Festplatte und so, die hängen ja alle an diesem... Aber du kannst halt Strom auch direkt in den Controller reinmachen. Dann ist das egal. Aber der Controller ist dann super teuer. Ja, dann gucken wir mal. Egal, nö. Dann lass doch den einfach nehmen. Ja, genau. Das passt. Dann crafte ich jetzt nochmal hier weiter durch. Jetzt brauchen wir die... Wollen wir denn die Growth-Teile? Da brauchen wir wieder Quarz, Glas. Das machen wir mal ganz nett. Dann nochmal neue Growth-Dinger. Und ich habe vier Growth-Teile. Ein Energy-Acceptor und ein 4ME-Glass-Cable, sodass wir von dem Energy-Acceptor da direkt rüber gehen. Aber ich glaube, ich mache nur mal kurz ein paar mehr. So, die Kristalle sind auf 10% hochgegangen während dieser Folge. Und wir sind jetzt sieben Minuten drin, Leute. Also das könnt ihr halt vergessen. Das ist insane lange, was das Ganze hier dauert. Ich bin mir gerade überlegen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ich den Energy-Acceptor direkt dran packe. Meint er, das geht? So, dann mache ich mal die Growth-Crystals drauf. Dann die... Achso, ich glaube, das geht nicht. Ja, ich werde es gleich sehen. Ich mache einfach mal. Wobei, man sieht Strom. Man sieht Strom. Es geht. Ha! Es geht. Es geht, Kev. Es geht. Aber muss das nicht höher sein, dass das Wasser dazwischen ist? Nee, drüber. Oder? Nee, nee. Das muss jetzt alles einhören, was unten liegt. Also, können wir auch. Aber ich dachte... Aber ich dachte... Zwischen den Blitzen ist und so. So, dann gehen wir kurz rein. Und die Teile sind... Nee, sind auf 10. Ja, dann packen wir die 1 hoch. Ist auch okay. Und dann einfach City Seeds reindroppen. 10% haben wir ja. Puddle of Water. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt ein bisschen sich verschnellert. Guck mal, diese... Diese Bank ist irgendwie kaputt, muss ich sagen. Die Capacity drin. Ich habe das jetzt hier eingestellt. Aber Input Redstone Mode. Machst du... Was ist, wenn du Input auf Always Active stellst? Ja, guck mal. Stell mal Input Always Active, dann rutscht es rein. Du hast den Redstone Mode aktiviert, sodass halt... Nur mit einem Redstone Signal... Always Active und Never Active sieht teilweise fast gleich aus. Da ist so ein Glitch drin. Ja, jetzt kommt hier was rein. Schönes Ding. Ja, genau. Always Active, dann läuft das. So, ich guck mal ganz kurz hier rein. Wie sieht es denn aus? Die Crystal... Oh mein Gott, die gehen jetzt so schnell Vollkäft. Die sind auf 53%. War gar nicht mehr an. Machst du mal an jetzt. Machst du an? Direktor war gar nicht an. Ist egal, der liefert trotzdem Strom weg, glaube ich. Der hat ja noch Strom gespeichert. Der hat ja noch im Lager Strom, deswegen... Ja, ja, nö, nö, nö. Aber das waren jetzt 40% in einer Minute. Und wir sitzen da vor Ewigkeiten dran, Leute. Nice. Ach, ja. Ich kann mich aber, glaube ich, erinnern, dass wir das letzte Mal auch hatten, man kann die visuell sehen, wie die wachsen teilweise. So schnell geht das. Dann sollte das gleich durchsahelben, die Quest. Jetzt habe ich halt schon mal das eine Teil des Applied-Energistics-Power-Ding zuerst gemacht. Aber die können doch nicht erwarten, dass wir das ohne die Growth-Accelerator machen. Also hätte das 20 Minuten gedauert, gerne. Aber das war ja utopisch lang, wie das gebraucht hat. Ja. Oh, ich muss natürlich auch Sand reinwerfen, ansonsten wachsen die nicht. Und ich glaube, ich glaube, die sind fertig. Nee, nicht ganz... Doch, die sind fertig! Oh mein Gott. Ey, das geht jetzt so schnell mit den Kristallen. Ich würde mir gar nicht sehen, ob das nicht sogar mit einem Fingerschnipp gerade folgen, dass ich den Sand wieder reingeschmissen habe. Schön, wir... Ah, nee, stopp. Ah, die sind auf 98%. Da war ich zu früh, ehrlich. Aber gleich sollte die Quest sich hier abschließen, wenn ich auch die letzten eingenommen habe. Jo, Hexe ist ja gut. Droppt die wieder einen Slow auf mich hier. Und wir haben... Let's go! Starting up, Applied Energistics complete. Und hier wieder. Ha, schon wieder complete. Wir bringen das gerade zweimal durch. Warum auch immer. Hat das noch irgendwas anders gezählt? Was brauchen wir denn? Ein Energy Acceptor und Vibration Chamber? Oh, dann bitte Vibration Chamber. Ich gebe euch gleich Vibrationen. Ich weiß gar nicht, was es überhaupt macht. Vibration Chamber. Das ist dieses Teil hier. Aber nichtsdestotrotz, wir können den Energy Acceptor ja dann einfach mal jetzt auch in Symmetal kurz nehmen. Dann sollte sich das hoffentlich aktualisieren. Nein, muss ich noch einen neuen craften. Ja, ist egal. Ich muss sowieso zwei machen. Wenn ich einen Energy Acceptor haben will und eine Vibration Chamber, dann muss ich beides nochmals machen. Ich denke, dass du in der Quest bist da, dass du... Ja, ich war da gerade drin. Genau, gut. Also, dass wir das so gut es geht in der Reihenfolge machen. Genau, das ging jetzt halt nicht anders mit dem Growth Crystal. Das war halt einfach ein Problem. Aber die nächsten, dass die dann halt wieder... Ja, das ist kein Problem. Deswegen bin ich gerade an AE2 Power. So, ich muss noch eh noch einen neuen Energy Acceptor craften. Dann kann ich den zweiten die Vibration Chamber umwandeln. So, ist doch mal was. Die einzige Sache ist, wir müssen gerade mal gucken bei den Kristallen, dass wir uns vielleicht noch mal... Was war das gerade? Hör? Keine Ahnung, was das gerade war. Ah, lol. Klick mal, öffne mal eine Kiste, wenn du so nicht bei einer bist. Hover mal mit der Maus über ein Item und drück mal T. Hörst du das auch? Lol. Dann kommt da so das draus und die Kiste geht wieder zu. Ach so, es zeigt dann an, in welcher Kiste noch von dem gleichen Item sind. Oh, lol. Oh mein Gott. Das ist nice. Ja, gut. Ich habe eigentlich nur das Rauschen rausgefunden, aber... Das ist Hammer. Ich habe jetzt zum Beispiel bei sowas wie Dust geguckt. Gehen überall alle Kisten an. Ja. So, Charge Zertus, Dust und Redstone. Okay, ich mache nochmal neue Fluix Crystals dann demnach. Und da kommt, quillt jetzt alles raus. Sehr schön. Ich habe 20 neue Fluix Crystals und mit denen müssen wir dann jetzt wieder die Dinger hinmachen. Wir brauchen einen neuen Energy Acceptor. Boom. Energy Acceptor. Ich habe jetzt einen zweiten gecraftet. Der ist drin und weh, der zählt jetzt nicht. Jetzt steht da Complete. Dann brauchen wir noch eine Vibration Chamber und wir haben auch das. Quest Complete Applied Registriks 2 Power. Ich weiß bisher immer noch nicht, wofür die genau war, aber was soll's. Dann als nächstes brauchen wir Basic AI, also eine Storage Cell mittlerweile, eine Festplatte und eine ME Chest. Ist die überhaupt so geil? Da brauchen wir wieder massig Zeug. Fluix Crystals Eisen, Glass Cable, das ist easy, Glas ist auch einfach und ein ME Terminal. Jetzt geht's Richtung ME Terminal und ein ME Terminal, da brauchen wir, das ist jetzt das Hauptding, diese beiden Chorus und Logic Process, ach die guten alten Sachen einfach. Ist schon eine Weile her, dass wir das hatten. Boah, ich weiß, da braucht man nicht diese Presses und konnte man das nicht damals automatisieren auch noch? Die Inscriber und sowas, ne? Ach, du Kack. Die Inscriber muss man finden oder kann man die craften ohne Inscriber? Ich glaube, finden tust du dir nicht, oder? Ich schau mal, ich schau mal vielleicht, da werden wir jetzt wahrscheinlich gleich drauf kommen. So, erstmal Illumination Pattern, mach ich mal so ein Crafting Terminal. Oder die jute alte Crafting Terminal, wir brauchen so ein Logic Processor, ja, also Inscriber ist auf jeden Fall eine Maschine, die wir brauchen, weiterzukommen und hier brauchen wir nochmal Fluix, das ist auch Logic Processor dafür, ja, und hier brauchen wir ebenfalls dasselbe, ja, wir müssen ein Inscriber machen und wir könnten aber auch die Logic Circuits mit, äh, Industrial Craft Circuits herstellen, so wie es aussieht. Oder halt mit der Logic Press. So, und diese Press ist jetzt die andere Frage, wo kriegen wir die her? Äh, ich bin am überlegen, da vielleicht sogar mal zu googeln, weil, äh, hier steht nicht, wie man an diese Normalerweise findet man die in Meteoriten, wenn sie gefallen sind, aber in dieser Welt haben wir keine Meteoriten. Die haben wir nicht mehr. Jetzt wissen die Leute, ach, das habt ihr doch schon vor fünf Jahren gemacht, ja, wow. Ich weiß auch nicht, was ich gestern gefrühstückt habe, woher soll ich wissen, wie ich vor fünf Jahren die Inscriber gefunden habe? Also, man kann die anscheinend dann umwandeln von, mit Eisenblöcken oder so, aber nee. Ich kann nochmal kurz gucken, wenn ich aber direkt nach den Inscribern suche, ob es da irgendwas gibt. Hier gibt es kein Hinweis drauf, wo man die genau herkriegt. Das Einzige, was ist... Vielleicht gibt man die durch eine Quest-Belohnung oder so. Ja, es gibt halt ein Workaround ansonsten. Ich kann mal kurz gucken, bei Quest-Belohnung. Also, ich bin ja literally an der Quest dran, wo ich das brauche, aber bei den vorherigen Applied-Energistics-Sachen gibt es die Inscriber nicht als Belohnung. Nee, ich kann erstmal die Applied-Energistics-Variante machen für den Anfang. Also, das ist ein bisschen teurer, aber funktioniert halt. Mit Insulated-Copper-Cable, die Eisenplatten der Mitte und Redstone. Du hast ja gesagt, es gibt eine einfache Möglichkeit, an Rubber zu kommen. Mit Rotten-Flash hast du gesagt. Also, nicht an Rubber, an Leder. An Leder, ah, okay, ja. Ja gut. Nee, dann Rubber ist auch nochmal so eine Sache. Sticky Resin, aber da können wir den Tree-Tabs vorne dran. Da muss ich da leider händisch ran. Dann machen wir ein paar von den Teilen. Also, wenn wir das heute hinkriegen und wir den Inscriber erstmal, nee, händisch einpacken. Wozu brauchen wir eigentlich die Player-Kills bei den Endermännern? Eigentlich wurscht, oder? Player-Kills bei Endermännern? Droppen die sonst? Nö, Ender-Perlen droppen die so oder so. Ansonsten weiß ich nicht. Ne, brauchst du nicht unbedingt. Da muss ich mir doch gar nicht, weil Diamanten können wir halt gar nicht machen. Das ist mir jetzt jetzt wieder aufgefallen. Vielleicht droppen die irgendwas Spezielles noch oder so? Außer halt Ender-Perlen hier, aber... Ah, du hast das Rubber auch schon geerntet. Ja, okay. Was brauchst du denn? Leder oder Rubber? Oder egal? Ich brauch die Rubber. Ich brauch die Circuit-Teile von Industrial Craft mit diesen Kupferkabeln. Isolierte. So. Na, da hab ich... Da ist kein Rubber mehr da. Dann hat sich das soeben erledigt. Leute, ich würde mal einen ganz kurzen Blick werfen, wie wir an die Inscriber kommen, weil ansonsten, ich glaube, das ist wieder so eine Ultra-Rätsel-Aufgabe. Da hat die uns bestimmt letztes Jahr auch geholfen. Im Game steht es nicht drin. Sekunde. So, Leute. Äh, alle Fragen werden beantwortet. Wir müssen die doch suchen. Die kann man nicht herstellen. Das ist ausschließlich auffindbar hier in der Gegend, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Meteor mäßig hier reinknallt. Ist aber so. Leute, es gibt etwas, was wir uns herstellen können, was uns hilft, das zu finden. Und das ist ein sogenannter Meteorit-Kompass. Und da braucht man nochmal ein Charge, gut, dass ich da nicht alle umgewandelt habe, ein Charge-Zertus-Quarz plus Eisen außenrum. Ich mache dir einfach auch mal direkt einen mit für den Fall des Falles. Nein. Blattmond, sehr gut. Ey, Kev, let's go, Erkundungstour. Wir holen uns jetzt einen Meteoriten. Ist doch klar. Genau jetzt, wenn der Blutmond aufsteigt. hast du Blutmond oder Blotmond gesagt? Ja, Blattmond gesagt. Die gar nicht geht. Ja, ähm, Leute, das ist perfekt. So, ey, lass mal ein Erkundungstour machen. Und ey, nein. Ich wurde selten so hart denied, Leute. Okay. Bin noch nicht müde genug, um zu schlafen? Können wir noch irgendwas, eine Kleinigkeit machen oder so? Ja, toll. Was soll ich denn jetzt machen, Kev? Kannst du vergessen. Geh auf die Erkundungstour, ne? Let's go. Hier, ich dropp dir mal ganz kurz hier einen Kompass hin. Oh, übrigens, ähm, ich glaube, ich wollte dir noch was zeigen. War da ganz kurz. Lass mich nur kurz meinen Crafting bänden, dann ja. Hier sind schon wieder viele Mobs unterwegs. Ich wollte dir zeigen und beweisen, dass ich zaubern kann. Oh, jetzt kommt's. Ja. Irgendwas, was ich nicht kenne. Komm rüber, komm rüber zu mir und ins Schiff rein. Du bist da am Sichersten. Ja, ich will, ich will, nicht will, aber ich brauche, die sind gar nicht viele Mobs hier unterwegs. Ich mach schnell die Tür zu. Genau, die Tür kann ich auch zu machen. dann, ähm. Wenn ich was zu essen, dann bin ich bei dir. Ja. So. Okay, Kev. Du weißt doch, du weißt doch, wie das in Hogwarts funktioniert, oder? Wenn du als Schüler im ersten Jahr reinkommst in die große Halle, dann findet etwas statt. Was findet da statt? Ja, ich weiß gar nicht, wie die Zeremonie heißt, wo du den Hut auf den Kopf kriegst. Genau. Und dasselbe wirst du jetzt ebenfalls machen. Zieh dir deinen Helm ab. Oh, der ist fast kaputt. Das trifft sich gut. Ja, genau. Und jetzt nimmst du den sprechenden Hut und setzt ihn auf. Okay. Und jetzt läufst du bitte einmal ums Schiff. Das ist so eine Verarsche. Das ist so eine Verarsche. Ich weiß nicht, was du jetzt machst, aber du nutzt ganz eindeutig die Zeit, in der ich ums Schiff laufe. Nein, nein, nein. Das hätte schon gereicht. Okay. Ich muss aber einmal komplett ums Schiff laufen. Nein, der passt. Also, wenn alles klappt. Ich bin einmal rumgelaufen. Hallo. Genau, dann darfst du ihn wieder abziehen. Okay. Anscheinend funktioniert die Magie, bei mir anders als bei dir, weil ich glaube, das war der Grund, weshalb ich gekickt wurde vorhin, als ich einen Hut aufgesetzt habe. Aber du wurdest gerade nicht gekickt. Schade. Wow. Wow. Er wollte mich auch wie einfach kicken. Okay. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, also, ich glaube, das lag vorhin dran an diesem WeChat. Ich meine auch irgendwann mal, irgendwas hat geklingelt, dass das ein Bug ist oder so, aber also, also mich hat es vorhin rausgekickt, als ich den angezogen hatte. Deswegen, ja. Es wird Zeit, den Meteoriten zu suchen. Ich bin schon unterwegs. Das ist sehr gut. Ich mache, ich hätte, willst du mich jetzt bei Blutmon los? ich bin schon dran vorbei, oder? Nee. Okay, okay, da war Blutmon. Da war Blutmon los. Ich würde ganz kurz was zu essen holen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass du das irgendwie, dieser Blutmon, ich komme nicht drauf klar. Pass auf, dann, der Kompass zeigt, hast du geguckt, in welche Richtung du musst mit dem? Wichtig ist, du musst, genau, du musst den Kompass auswählen, also in der Task, in der Aktionsleiste zeigt er dir nicht den richtigen Tegern. Du kannst aber die Offhand machen und dann kannst du nebenbei die Slime-Sling nutzen. Ja, dann heißt das, wir gehen ein bisschen hier lang. Ja, das ist gut weit weg. Ja, man sollte auch gut weg, ich weiß nicht, 2000 Blöcke oder so? Oh, oh mein Gott, Server lag und 1000 Mobsen gespawnt. Ja. Mindestens. Willkommen beim Blutmon, wie gesagt. Oh mein Gott, das ist ein großes Problem gerade. Ja, vor allem Server lag, ich kann gar nicht mal richtig fliegen, weil ich in der Luft, äh, festhängen. Leute, hier ist ein Mob Tower. Mob Tower, ja. Oh mein Gott, Blut, das war ein großer Fehler beim Blutmon loszugehen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ich wollte meine Folge beenden. Ich bin ein Herz, ich bin fast tot. Ey, Kev, ich wollte meine Folge beenden. Alter, ich bin mindestens 5000 Blöcke weit weg, das ist, oh ho ho ho. Ja, ich gehe mal wieder zur Base zurück, nur nebenbei. Wir müssen nicht, okay Leute, das hast du dich soeben erledigt, das war eine nette Runde, aber, äh, dann erledigt sich das soeben. Ich, ich wollte eigentlich sagen, Blutmon kannst du knicken, wir sehen uns in der nächsten Folge, aber, also, mir soll es recht sein, da hat man ein bisschen Spaß zum Schluss. Oh, ich habe es wieder zurück geschafft. 1.500 weit, ich kann doch jetzt nicht loslaufen, ich bin praktisch nackig. So, und damit hat unser Ausflug soeben geendet, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, ich würde sagen, wir warten einfach mal den Blutmond ab und dann schicke ich das Kaffee da los, solange muss der hier drin eingesperrt bleiben, ich fessel den auch, keine Ahnung, mit Handschellen an den Heizungskörper, damit er nicht abhaut. Wir sehen uns im nächsten Part, bis dann, das Gachen, ciao, ciao. Ciao, Leute.